Hallo Leute, ihr seht, ich bin gerade im Bus und dieses Video kann einfach nicht bis nach Hause warten. Ich müsste sofort tun. Ihr habt sicherlich gemerkt, ich habe es auch letztes Mal schon erklärt, ich bin am Arbeiten von einem neuen Album, aber die Arbeit hier geht vorne und ja, ich habe jetzt einen Anruf von einem Kollegen bekommen, dem habe ich eine selbstgeschriebene Geschichte zu lesen gegeben und der hat mir jetzt angerufen, er würde es toll finden, wenn ich auf YouTube auch noch die sogenannte Vertonung mache, das heißt, neben der Musik, auch Vertonung und so und ja, das wird jetzt eine Zeit dauern. Das heißt, ich mache auf YouTube eigentlich jetzt vier Sachen, das heißt, die normalen Lieder, die Übersetzungen, das Spielen und jetzt die vier Tonungen. Ich weiß nicht, wie ich das alles unter anderem kriege, aber irgendwie muss es klappen. Aber ich mache es nicht für mich, ich mache es für euch, liebe Leute da draußen. Und kleines Update vom letzten Vlog-Video. Das hier ist auf dem Vlog. Zu Hause hat sich die Stimmung ein bisschen gelegt, das heißt, ich habe jetzt sozusagen eine Person, durch eine andere Person gefunden, die mir da weiterhilft. und es wird alles gut. Hoffen wir mal. So. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und bis demnächst. Ciao. Schau. Ciao. ner